Herzlich willkommen zum achten Video dieser Enneagramm-Reihe. Ich setze hiermit den Enneagramm-Typ Nummer 1 aus dem siebten Video fort. Auf der roten Karte hier siehst du, was die Enneagramm 1 vermeidet. Das ist der Ärger. Also den Ärger versucht sie möglichst zu unterdrücken, dem aus dem Weg zu gehen. Die gelbe Karte zeigt an, was die Motivationen für die Handlungen einer Enneagramm 1 sind. Sie will perfektionieren, entweder sich selbst oder die Gesellschaft oder eine Gruppe oder die nahen Menschen oder was auch immer. Aber alles, was nicht perfekt ist, stößt einer Enneagramm 1 auf und sie will es perfektionieren. Die Antriebsenergie dafür bekommt sie hier aus dem Zorn. Das ist das, was man als Wurzelsünde im Enneagramm bezeichnet. Das ist quasi die Antriebsenergie für die Motivation zu handeln. Und die Weiterentwicklung einer Enneagramm 1 wäre, den Zorn so nach und nach, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, in die Gelassenheit umzuwandeln. Und diese beiden Farben hier, das Blau und das Grün, das bezieht sich jetzt auf die Spiral Dynamics Stufen, also die Entwicklungsstufen, die wir als Person einzeln machen, aber auch als Gesellschaft als Ganzes. Und der Enneagramm Typ 1, aufgrund seiner hohen Moral, findet man den oft auf der blauen oder auf der grünen Stufe. Also für diejenigen, die Spiral Dynamics nicht kennen, also es gibt Videos bei YouTube dazu, die sehr gut sind. Aber blau kannst du dir einfach vorstellen, wie es vielleicht in Deutschland so in den 50er, 60er Jahren war. Damals herrschte noch eine viel, viel strengere Moral hier. Und wenn jemand vor Gericht zum Beispiel auf die Bibel geschworen hat, dann konnte man davon ausgehen, dass die Person wirklich nicht lügt. Heutzutage würde erstens mal kaum noch jemand auf die Bibel schwören und zweitens in der modernen Entwicklungsstufe, das ist der Schwerpunkt in Deutschland zurzeit, die orangenen Stufe, da sind so viele Leute nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und dafür lügen die auch völlig selbstverständlich. Also Moral in der modernen ist wirklich eher nicht so gut. Das heißt, die Enneagramm Typ 1er, die müssen natürlich auch in ihrer Entwicklung durch die moderne durch. Aber man findet sie mehr auf der entweder blauen Stufe, dann auf der orangenen eher weniger. Da kann es sein, dass sie sich im Beruf perfektionieren oder dass sie sich im Sport, also Enneagramm 1er, weil die so unter Strom stehen, machen oft auch viel Sport, dass sie sich da vielleicht perfektionieren. Aber nach der modernen kommt die postmoderne Stufe. Und das ist die Stufe, diese Stufe hat wieder sehr viel mit Moral zu tun. Also die postmoderne Stufe, da geht es um Umweltschutz, da geht es um NGOs, also diese Nichtregierungsorganisationen. Da geht es darum, die armen Länder nicht mehr zugunsten der Reichen auszubeuten. Also da ist wieder eine ganz, ganz hohe Moral und das ist natürlich ein wunderbares Spielfeld für einen Typ, der selbst so hohe Moralansprüche hat. Jetzt steht hier aber noch eins, ein Ich-Typ. Also die blaue und die grüne Stufe sind eigentlich Wir-Stufen. Also bei den Entwicklungsstufen ist es so, es wechselt sich immer eine Ich-Stufe mit einer Wir-Stufe ab. In einer Wir-Stufe wollen wir Teil einer Gemeinschaft sein und stellen uns mit unseren Bedürfnissen deshalb zurück. Also die Bedürfnisse der Gemeinschaft sind wichtiger als die eigenen Bedürfnisse. Auf einer Ich-Stufe sind wir nicht mehr dazu bereit. Auf einer Ich-Stufe wollen wir uns in unserer Individualität weiterentwickeln. Und das ist jetzt so ein kleiner Widerspruch. Die Enneagram-Einser-Typen, die wollen ja oft das Sagen haben, weil sie denken, ich habe Recht, also bin ich eigentlich die Person, die das Sagen haben will, sind eigentlich Ich-Typen. Aber man trifft sie eher hier so auf diesen beiden Wir-Stufen an. Also daraus kann sich ein Spannungsfeld ergeben, also ein Ich-Typ auf einer Wir-Stufe. Und das umgehen die Enneagram-Einser-Typen, indem sie sich auf den Wir-Stufen oft eine Position suchen, in der sie etwas zu sagen haben. Also zum Beispiel war Gandhi ein Enneagram-Einser-Typ und auf der Entwicklungsstufe blau und er war einfach Anführer einer Protestbewegung. Also als Anführer bin ich die Person, die das Sagen hat. Oder wenn man jetzt auf der Grünen-Entwicklungsstufe Cem Özdemir von den Grünen sieht, der war Parteivorsitzender, da hat er so eine Sonderposition. Und jetzt leitet er das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und dann betrachten wir uns noch die Pfeilrichtung. Also von der Enneagram-7 geht der Pfeil zu Enneagram-1. Das heißt, die 7 ist der Entspannungspunkt für die Enneagram-1. Das heißt, wenn die Enneagram-1 sich einfach mal mit Freundinnen und Freunden trifft und feiert und Spaß hat und dabei viel Freude erlebt und vor allem auch ein bisschen optimistischer in die Welt schaut, dann kann sie richtig entspannen. Und die andere Pfeilrichtung ist von der 1 zur 4, also hier zu den Künstlertypen. Das ist jetzt der Stresspunkt. Und denk wieder daran, im Stresspunkt werden nur die negativen Aspekte dieses Typs gelebt. Das heißt, wenn die 1 richtig gestresst ist, hier die 4 ist ja auch der Dramatiker oder die Dramatikerin. Das heißt, dann kann die 1 zu so einer richtigen Drama-Queen oder so einem Drama-King werden oder fängt in Beziehung an, nähe Distanzspielchen zu spielen, also so die Beziehung zu beenden, dann wieder zu kommen, dann wieder wegzulaufen und so weiter. Das wäre der Stresspunkt. Wenn jemand an sich arbeiten will, ich hatte gesagt, der eine Aspekt ist, mit der Wurzelsünde aufzuhören und die langsam umzuwandeln, also bei der Enneagram-1 den Zorn umzuwandeln in die Gelassenheit. Ein weiterer Entwicklungsschritt wäre, hier zu schauen, von der 4 nicht nur die negativen Seiten dieses Typs zu leben, sondern auch mal ein bisschen in die positiven Seiten reinzukommen. Also die Enneagram-1 ist leider so ein bisschen eng und rigide und um kreativ zu werden, braucht es Weite. Und die beiden Typen sind ja sehr verschieden. Wie gesagt, das, was danach kommt, von dem hat der Typ davor einfach noch sehr, sehr wenig. Und eine Enneagram-1 hat mal zu mir gesagt, ach Künstler, das sind einfach nur Spinner. Also das Nachstehende wird völlig abgewertet. Und wenn eine Enneagram-1 an sich arbeitet, die wird nie wie eine 4 werden. Das geht nicht. Und ihre Aufgabe ist ja auch, die 1 zu leben. Aber wir können natürlich Aspekte von den anderen Typen nach und nach auch erlernen, was uns einfach insgesamt weitermacht. Und für die Enneagram-1 wäre es einfach schön, ein bisschen offener zu werden, einfach ein bisschen mehr in diese Kreativität der Enneagram-4 hineinzugehen. So, das war es zum Enneagram-Typ 1. Vielleicht noch ein Abschlusssatz dazu. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Vielen Dank. Vielen Dank.